Als Freie und Reichsstädte wurden seit dem 15. Jahrhundert jene weitgehend autonom Stadtgemeinden des Heiligen Römischen Reiches bezeichnet, die im Städte-Kollegium des Reichstags vertreten waren. Die eigentlichen Reichsstädte unterstanden keinem Reichsfürsten, sondern direkt dem Kaiser, waren also reichsunmittelbar. Dagegen hatten die freien Städte zwar noch einen Bischof als nominellen Landesherrn, besaßen aber selbst Verwaltungsrechte und Privilegien, die sie den Reichsstädten de facto gleichstellten. Daher entstand im Laufe der Zeit die unkorrekte, volkstümliche Sammelbezeichnung Freie Reichsstadt, obwohl nur wenige Städte gleichzeitig Freie Stadt und Reichsstadt waren. Reichsunmittelbarkeit und Freiheit Aus dem Status der Reichsunmittelbarkeit ergab sich für die Reichsstädte eine Reihe von Freiheiten und Privilegien. Sie waren im Inneren weitgehend autonom und besaßen im Allgemeinen eine eigene niedere und hohe Gerichtsbarkeit. Insbesondere die Hochgerichtsbarkeit stellte sie den Fürsten gleich und unterschied sie von den landständischen Städten, die einem Landesherrn untertan waren. Als Reichsstände hatten die Reichsstädte aber auch besondere Pflichten gegenüber dem Kaiser. So hatten sie ihre Steuern direkt an ihnen abzuführen und auf Verlangen Herfolge zu leisten. Zu den freien Städten zählten die Bischofsstädte Basel, Straßburg, Speyer, Worms, Mainz, Köln und Regensburg. Sie hatten ihren Status durch kaiserliche oder bischöfliche Privilegien erlangt, die denen der Reichsstädte ähnlich waren. Unterschiede bestanden beispielsweise darin, dass sie dem Kaiser außer auf Kreuzzügen keine Herfolge leisten und keine Steuern an ihn entrichten mussten. Geschichte und 14. Jahrhundert befreit hatten unterschieden. Die freien Städte waren nicht zur Steuerzahlung an den Kaiser verpflichtet und unterlagen ihm gegenüber nicht dem Gefolgszwang. Zu ihnen gehörten unter anderem Lübeck, Utrecht, Köln, Augsburg, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Basel und Regensburg. Formal blieb der Bischof dort meist jedoch weiterhin Stadtoberhaupt. Die Reichsstädte entstanden aus den Stadtgründungen, welche die Staufer im 12. und 13. Jahrhundert vorgenommen hatten oder die schon zuvor im Besitz der Könige und Kaiser waren. Aus diesem Grunde war die Zahl der Reichsstädte im deutschen Südwesten sowie in Thüringen und im Elsass der ehemaligen Hochburg der Staufer sehr groß. Dort bestand eine große Zahl relativ kleiner Landstädte, die dennoch den Status einer Reichsstadt erwerben konnten. Einerseits war das 12. und 13. Jahrhundert die Zeit der Städtegründungen. Andererseits ist es nach dem Untergang der Staufer keiner Territorialmacht mehr gelungen, deren früheren Besitz ihrer vollständigen Landeshoheit zu unterwerfen. Eine Hoheit gegenüber diesen ehemals staufischen Städten zu erzwingen, die von den Kaisern schon viele Freiheiten erhalten hatten, gelang den benachbarten Landesherren meistens nicht. Da sich diese Städte nur noch dem gewählten römischen König oder Kaiser unterstellten, erwarben die meisten in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nach dem Interregnum den Status als Reichsstadt. Im Laufe der Zeit konnten sich viele freie Städte vom Rest geistlicher Stadtherrschaft emanzipieren. Später nahmen die freien Städte zusammen mit den Reichsstädten an den Reichstagen teil. Die teilnehmenden Städte wurden unter dem Begriff Freie und Reichsstädte zusammengefasst. Aus dieser Formel entstand durch Verkürzung der Begriff Freie Reichsstadt. Nach dem Interregnum 1273 errangen die Reichsstädte und die freien Städte im Laufe der Zeit ihren neuen verfassungsmäßigen Status und damit auch Sitz und Stimme auf den Reichstagen. Seit 1489 bildeten sie das Reichsstädte-Kollegium und waren regelmäßig auf den Reichstagen vertreten. Im 15. und 16. Jahrhundert entwickelte sich der Städte-Takt zu einer bedeutenden Institution der Freien und Reichsstädte im Heiligen Römischen Reich. Damals große Städte wie Frankfurt am Main, Ulm, Schwäbisch Hall, Rotenburg, Augsburg und Nürnberg konnten ihr Territorium weit über die Stadtgrenzen hinaus ausdehnen. Die größte territoriale Ausdehnung erreichten die Reichsstädte im Südwesten Deutschlands, wo es keine großen Fürstentümer gab. Die größte territoriale Ausdehnung aller Reichsstädte erreichte die Stadt Bern. Etliche Reichsstädte wurden allerdings im Laufe der Zeit von der Königsherrschaft an benachbarte Landesherrschaften verpfändet, so wie die Stadt Nimmwegen im Jahre 1247 an die Grafen von Geldern, die Stadt Duisburg im Jahre 1290 an die Grafen von Kleve oder auch die Stadt Eger an die Könige von Böhmen. Da das Königtum meist nicht genügend Finanzmittel aufbringen konnte, um die Pfandsummen auszulösen, konnte dies das Ende der Reichsunmittelbarkeit für die betroffenen Städte bedeuten. Hierbei ist zu unterscheiden, ob der Status der Reichsstadt erhalten blieb oder ob vom Pfandnehmer die Übernahme erfolgte, was zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit führte. Bei den Reichspfandschaften ist zu bemerken, dass beginnend mit Karl V., der in seiner Wahlkapitulation vom 3. Juli 1519 den Reichsfürsten ausdrücklich alle Regalien, Privilegien und Pfandschaften bestätigte, alle nachfolgenden Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in ihren Wahlkapitulationen den Reichsfürsten zusicherten, sie im Besitz der Pfandschaften zu belassen. Wichtig waren bei Verpfändungen das Festschreiben der Status der Einrichtung, die Modalitäten der Auslösung des Pfandes und die Befreiung von Belastungen und Beschwernissen der Bürger bzw. Einschränkung deren Freiheiten, wie zum Beispiel im Falle Feuchtwangens in der Urkunde vom 9. März 1380 als Ergänzungen zur Verpfändungsurkunde von 1376 geschehen, Um dem Schicksal der Mediatisierung, die zum Herabsinken in den Status einer Territorialstadt geführt hätte, zu entgehen, brachten einige der betroffenen Städte im Alleingang die Pfandsumme auf. Andere Städte wurden durch kriegerische Maßnahmen benachbarter mächtiger Landesherren bedroht. Als Abwehr dieser Gefahr wurde zum Beispiel der Süddeutsche Städtebund gegründet, der verhindern sollte, dass viele schwäbische Städte unter die Herrschaft der Grafen von Württemberg fielen. In vielen Städten wurde seit der Verwaltungsreform unter Kaiser Karl V. der sogenannte Hasenrat eingeführt, der durch den Adel und die Patrizier gebildet wurde und die Ständeversammlung nach und nach unwirksam machte. Anpassung an die Adels- und Fürstengesellschaft mit dem Westfälischen Frieden 1648 ging die Landvogtei über die elsässischen Reichsstädte an, Frankreich, und im Rahmen der Reunion besetzte Frankreich 1681 Dekasekunden Elsass. 1718 wurde das die Reichsstadt Zell am Hamersbach umgebende Gebiet als freies Reichstahl Hamersbach von der Stadt unabhängig. Die den Reichsstädten wie den anderen Reichsstädten im westfälischen Frieden zugesicherten Rechte wie Bündnis- und Gesandtenrecht waren auch der Grundstein für eine bemerkenswerte Dynamik gerade im außenpolitischen Bereich. Im 17. und 18. Jahrhundert waren nicht nur die Vertreter der großen Mächte auf dem diplomatischen Parkett zu finden, sondern auch Bürgermeister, Syndiker und Ratsherren. Lange Zeit wurde die Reichsstadt der frühen Neuzeit von den Historikern als einsamer Vorläufer der bürgerlichen Welt inmitten der aristokratischen Umwelt bewertet, was immer wieder zu Missverständnissen führte. Mit modernen Republiken aber auch mit den vormodernen Republiken wie Venedig oder den Vereinigten Niederlanden, hatten die Reichsstädte indes in der Regel nichts zu tun, die Tendenz selbst als Glied der adligen Welt anerkannt zu werden. Bestimmte die Politik vieler Reichsstädte, darunter Augsburg, Nürnberg, Köln, Frankfurt, Bremen und selbst kleinerer Kommunen wie Schwäbisch Hall. Das herkömmliche Bild über die angeblich düsteren Zustände in den Reichsstädten des 18. Jahrhunderts hat seinen Ursprung ebenfalls in der Projektion ökonomischer Rationalität im modernen Sinne, die aber gerade nicht das Handeln von Ratsherren, Zünften und Bürgern bestimmte, ebenso wie die Beschreibung der deutschen Geschichte in der frühen Neuzeit als Verfallsgeschichte einem historischen Missverständnis entspricht, folgt auch die negative Bewertung der Reichsstädte in dieser Epoche zum Teil anachronistischen Vorstellungen. Für viele epochale historische Prozesse boten Reichsstädte die Bühne. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts behaupteten Reichsstädte ihre kulturelle, soziale und politische Stellung insofern man sie, wie auch die Reichsgrafen und Reichsritter, als man der mächtige Glieder des Reiches versteht. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurden 45 der 51 noch bestehenden Reichsstädte mediatisiert und benachbarten Fürstentümern eingegliedert. Lediglich Augsburg, Nürnberg, Frankfurt am Main, Bremen, Hamburg und Lübeck behielten den Status mit verminderten Rechten. Augsburg und Nürnberg wurden 1.805 1.806 von Bayern mediatisiert, die vier anderen blieben unabhängig über den Wiener Kongress 1815 hinaus und wurden in der Folge souveräne Staaten innerhalb des Deutschen Bundes. Nach 1815 gab es im Deutschen Bund noch vier freie Städte, Hamburg, Bremen, Lübeck und Frankfurt am Main. Frankfurt am Main verlor seine Unabhängigkeit 1866 nach der Besetzung durch Preußen, Lübeck wurde 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz ebenfalls in Preußen eingegliedert. Die Länder Bremen und Hamburg konnten ihre auf reichsstädtischen Traditionen beruhende Stellung als eigenständige Stadtstaaten bis heute bewahren. Der Status Berlins als eigenes Land geht dagegen auf die Auflösung des Landes Preußen und die Zoneneinteilung nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Als freie Stadt wurde auch Danzig bezeichnet als die Stadt von 1920 bis 1939 unter der Hoheit des Völkerbunds stand. Liste von Freien und Reichsstädten Das auf Gewohnheitsrechten und Einzelprivilegien basierende Verfassungsgeflecht des Reiches, bei dem auch einander widersprechende Einzelbefunde nicht ausbleiben, lässt sich nur schwer generalisieren und strukturieren. Es gibt daher keine bindenden Kriterien, ob und in welchem Zeitraum eine Stadt als eine freie und oder Reichsstadt anzusehen ist. Die Zahl der Städte ist im Verlauf stärkeren Schwankungen unterworfen. Um mit Beginn der Verfestigung der Verfassung des Reiches Ende des 15. Jahrhunderts im vollsten Sinne freie Reichsstadt zu sein, musste eine Stadt grundsätzlich relativ selbstständig politisch handeln können und die Reichsunmittelbarkeit besitzen. Die Reichsstandschaft in Form der Teilnahme an den Hof- und Reichstagen im Rahmen der dortigen Versammlungen der Städte erhalten haben bzw. aktiv an den eigenen Städtetagen ab 1471 teilnehmen und sie musste vom und für den Kaiser, König und das Reich verfügbar sein. H. Sie war zu bestimmten Leistungen verpflichtet. Mit der Herauskristallisierung der beiden Bänke der Städteversammlung erhielt das Gefüge der freien Reichsstädte konkreteren und definitiveren Charakter, jedoch blieb das Gefüge der Städte im Fluss. Bremen wurde beispielsweise erst definitiv als freie Reichsstadt bestätigt, als das Gefüge der Städte bereits institutionellen Charakter angenommen hatte. Für die früheren Zeiten ist es schwieriger, Kriterien zu bestimmen. Die faktische unrechtlich gesicherte Reichsunmittelbarkeit beispielsweise durch einen königlichen Freiheitsbrief ist wohl ein maßgebliches Kriterium. Die Reichsunmittelbarkeit konnte jedoch nicht nur zu, sondern auch wieder aberkannt werden, Städte konnten an einen Landesherrn verpfändet werden. Die Erwähnung in den frühen, jedoch unzuverlässigen Reichsmatrikeln könnte als weiteres Indiz für das zeitweilige Bestehen als frühe freie bzw. Reichsstadt gewertet werden ist aber allein keineswegs ausreichend, da auch Städte erwähnt werden, die tatsächlich nie oder faktisch nicht mehr dazugehörten. Unter dem Titel Frei- und Reichsstädte verzeichnet die auf dem Wormser Reichstag von 1521 aufgestellte Reichsmatrikel zum Beispiel 85 Städte. Davon waren jedoch einige niemals und weitere nur unsicher Reichsstädte. Dafür fehlten Buchau und das noch nicht endgültig gefestigte Bremen, Brackel, Kämrich, Danzig, Elbing, Göttingen, Lemgo, Saureburg, Soest, Barbourg, Wesel weitere ehemalige Reichsstädte Kampen. Die Wenter und Zwolle erhielten am 1. Oktober 1495 auf dem Reichstag zu Worms von Kaiser Maximilian das Recht sich Reichsstadt zu nennen. Andere Städte wie etwa Groningen nannten sich selbst freie Reichsstadt, auch wenn sie trotz einer etwaigen Unabhängigkeit als freie Stadt diesen Status niemals offiziell erreichten. Groningen machte seinen Anspruch sogar im Stadtwappen deutlich. Der kleine Ortsteil Kessenich wird manchmal als freie Reichsstadt genannt. Es handelt sich jedoch eher um eine reichsunmittelbare Herrschaft, eine Wrie-Eigschierlichkeit, wohl vergleichbar BSPW, mit dem Ingelheimer Grund. In anderen Quellen wie etwa der Kölner Chronik wird der Status noch anderen Städten der Hanse zugesprochen. Bei ihnen handelt es sich jedoch wohl, lediglich um freie oder weitgehend autonome Städte. Kurzzeitige Reichsstädte 12. – 15. J. Heraldik Da sie nur den König bzw. den Kaiser als Herrn hatten, bezogen sich viele Reichsstädte bei der Ausbildung der Heraldik in ihrer symbolischen Repräsentation auf ihn, indem sie den Adler als Wappentier des römisch-deutschen Herrschers in ihr Wappen aufnahmen, entweder als direkte Übernahme, in geänderten Farben oder als Element im Wappen. Einige Reichsstädte taten ihren Status unter anderem an ihren Stadttoren kund. So findet man BSPW am Äschenheimerturm in Frankfurt heute noch stadtheinwärts den kaiserlichen Doppeladler und stadthauswärts den einköpfigen Frankfurter Adler. Unter den Bischofsstädten, die sich als freie Städte von ihrem geistlichen Herrn losreißen konnten oder später vom römisch-deutschen Herrscher als reichsunmittelbar anerkannt wurden, finden sich einige, die den Adler im Wappen tragen. Wappen der Städte mit Adler, Aachen, Allen, Besankon, Bopfingen, Donauwörth, Dortmund, Duisburg, Düren, Endingen, Amnecker, Ammain, Friedberg, Gelnhausen, Gengbach, Goslar, Heidelsheim, Heilbronn, Isni, Kaiserswerth, Kaufbeuren, Köln, in der Pfalz, im Allgäu, Lübeck, Gröningen, Mämmingen, Mühlhausen, Niemegen, Nördlingen, Nordhausen, Nürnberg, Inheim, Oppenheim, Pfohlendorf, Reutling, Rottweil, Schweinfurt, Überlingen, im Allgäu, Weil der Stadt, Weißenburg, Weinsberg, Wetzlar, Wimpfen, Winzheim, Bach, Zusammenstellung verschiedener Wappen von Reichsstädten im Siebmacherschen Wappenbuch, Wappen von Reichsstädten I, Wappen von Reichsstädten II sowie von einigen anderen Städten, Siehe auch, Paritätische Reichsstadt, Reichsdorf, Reichsstädtekollegium, Städtetag